Kymco CV-3 Dieses Fahrzeug in der Grundfarbe Matt-Schwarz haben wir auf Kundenwunsch mit einigem Zubehör ausgerüstet. Unter anderem mit Gold-Silberfarbenem Dekor. AX-Service Handprotektoren Montage einer USB-Steckdose in der Lenkerverkleidung Auf der linken Seite ein Adapter mit einem M8 Gewinde zur Montage eines Handy oder zusätzlichen Navigationshalters. Und auf der rechten Seite nochmals ein Gewindeanschluss der Gewindegröße M10 x 1,25 für weiteres Zubehör. Übrigens könnte man auch diese beiden Gewindeadapter links und rechts ohne diesen M8 Gewindeanschluss verwenden für zusätzliche Spiegel, wem diese vorderen Spiegelposition nicht behakt. Ausgestattet ebenfalls mit Shad SH36 Seitenkoffern, einem Shad SH58X Variablen Top Case. Ausgestattet auch mit einem Seitenständer nachgerüstet inklusive Quillschalter und Eintragung in den Papieren per Einzelabnahme. Dadurch die Montage des Shad Top Case Trägers, der Zugang zur Batterie, welche hinter unterhalb dieser Sitzbank sitzt, erschwert wird, ohne den Top Case Träger zu demontieren, haben wir dem Kunden hier eine C-TIC Ladestation angebracht mit Überwachung der Batterieladespannung. Hier kann man jederzeit ein C-TIC Ladegerät anschließen, um die Batterie nachzuladen oder überwinter den Ladeerhaltung mit einem solchen Gerät erfüllen. Dies kann man dann ohne irgendwelche Demontage machen. Selbstverständlich passen dann diese Seitenträger auch die etwas kleineren SH23 Shad Seidenkoffer. Leider passen in die SH23 Shad Seidenkoffer keinen Helm rein. Kymco-CV3 auf Kundenwunsch mit Zubehör ausgestattet Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.